So, da sind die Hühnerschrecker wieder abgekämpft bis hierher. War schon richtig anstrengend. Und bei den Black Tars ist es eh frustend, weil die kaum Schaden nehmen. Naja, mit dabei immer noch der Olaf und der Sigi. Keiner hat aufgeben. Hallo! Hallo, hallo! Und immer noch dabei als Zuhörer und sich lustig mache, der Nick. Hallo! Er sagt, er... Er amüsiert sich, ich weiß nicht, wenn wir hier mal... Oh, ich lieb schon wieder, schon wieder gestorben. Ja, aber ist halt so. Die Black Tars, die nehmen keinen Schaden. Da kannst du teilweise ein ganzes Magazin draufballern. Haben sich dich uncool gemacht. So, wo die ganzen Fragadwerfer sind. Okay, dann... Der Dicke liegt. Und, der Dicke liegt. Und dann hat man... Boom! Ich habe eine Verbindung entdeckt. Luftbombe kommt, hat einer geschrieben. Der Violett in der Mitte, der hat eine Luftbombe. Ja, ja, genau. Wo ist der denn hier? Ist der doof? So. Ist jetzt eine Luftbombe so ein Poops? Ja, so ähnlich wie Poops. Also, der ist noch schon als Poops hier. Die Bomben machen bei denen auch wirklich Schaden. Ich meine, hier die Violetten und so, das geht noch alles. Aber wenn die Goldenen kommen, wie vorhin beim Ingenieur, dann haben wir uns ja abgekämpft. Nein, nein, nein. Das war kein Kindergeburtstag. Vielleicht haben sie die Black Tusk vergessen zu nerven. Ja, genau. Hat man ja schon öfters gelesen im Forum, dass die Black Tusks unheimlich immer noch stark sind wie Sau. Der hat doch da kaum eine Chance. Patze, Patze! Ja. Bin schon, komm schon wieder. Ich bin auch am Depot. Alter, was war denn das hier für ein Schuss? Agent Kampfunfähig. Bestimmte Dicke Schütz. Was? Schütz steht hier? Ich gehe wieder anschießt. Erzählt mir doch, dass der Dicke Schütze ist. Hey, jetzt bin ich. Bestopp. Ich gehe mal runter. Ich gehe mal Hallo sagen. Die haben Schotflatzer, Schotflatzer. Bin geblendet. Schotflitte haben die. Ah, ja. Alter, die sind zu viele. Schwere Verwundung entdeckt. Die haben sie nicht alle. Die haben sie nicht alle. Die haben sie nicht alle. Er ist bewusstlos. Hoch mit deinem Arsch. Der ist noch ein Doktor unterwegs. Seid ihr alle bei den Toten wegen? Einer lebt noch. Nee, nee. Nee, ich bin tot. Der hat den Dicken wiederbelebt, der Doktor. Der hat den Dicken wiederbelebt. Na wunderbar. Na wunderbar. Na, klasse. Klasse, ist ja spitze. Achtung, einer kommt von links. Ich bring den Minipanzer wieder in Schuss. Ach, halt die Klappe. Bring den Minipanzer in Schuss. Der fährt wie eine Rakete, der Minipanzer. Ja, ja, ist klar. Alter, Junge. Die wollen mich hier verficken, oder was? Ey, hör auf. Wär auf, hier ist Feuer. Ich bin tot. Sigi, du musst durchhalten. Ja, ich versuche es. Vielleicht kannst du ja den Olaf wieder belieben. Wenn es geht. Ja, der Sigi hat selber zu können. Ja, nee, wenn Sigi stirbt, dann sind wir wieder ganz am Anfang. Dann habe ich auch die Schnauze vor. Dann war ich hier nicht mehr weiter. Das ist doch so. Ja. Zum Mäuse melken, ey, Junge. Das ist doch. Also Black Tast, das ist doch hier wie. Wir spielen hier nicht auf Heroisch. Äh, Heroisch, ja. Aber wir spielen hier nicht auf Liga D. Achtung, der Dicke kommt. Dicke, äh, Sigi, der Dicke kommt. Ja? Der ist schon oben bei mir hier. Da, wo ich liege. Ah, wie wenn man gucken, was Sigi hier so macht. Alter, nee, also. Wenn wir jetzt noch mal sterben sollten, denn Sigi. Dann hält man heute auf, das ist leider. Ja, das ist ätzend. Das ist wirklich ätzend. Du kriegst sie nicht kleingeschossen, die Jungs. Und die teilen einen Schaden aus, als wenn du hier auf Legendär spielst. Das ist krankhaft. Krankhaft ist das. Ich mein, Olaf liegt auch gerade so umrückend, wo keine Decken passiert. Ja, ja. Ja, ich weiß. Die haben mich aus der Zweckung rausgeschossen. Kann man leider auch nicht weiter zurück. Die Tür ist zu. Nee, ich kann mich hier gar nicht rühren. Nee, ich mein, ich mein, jetzt hier ist Sigi. Hm. Achtung, die Kommande kommen wir schon hoch. Ja, den Doktor. Achtung, die Kommande schon wieder. Der Doktor macht's jetzt alle wieder heil. Komm hier im Doppelpack hochgelaufen. Keine Sicht von hier. Tango, unmittelbar bei mir. Ey, jetzt geht's. Ich hab's alle hier bei mir. Ja. Nee, das war auch nicht mehr zu schaffen, also. Ja, dann sagen wir mal, danke fürs Zuschauen. Ah, nee, ich hab keinen Bock mehr. Hier, jetzt zu lange, um hier zu hängen. Ja, jetzt fangen wir wieder ganz kurz an. Damals sollten wir den Bohrer ausschalten können. Nö. Ach, nicht schon wieder den Bohrer ausschalten. Nö. Machen wir aber auch. Machen wir aber auch. Die verbraten ja eine Kugel, du. Ja. Ja, da kannst du drei, vier Magazine raufballern und nix passiert bei dir. Ja. Ja. Ich bin einmal komplett die Treppe runter und raufgelaufen. Ja. Am dicken vorbei, das hat gut gegangen. Dann bin ich wieder raufgelaufen, aber ich hatte keine Chance allein, weil die alle auf... Ja, ist klar. Sind dann auf dich konzentriert, da hast du keine Chance. Und wir sind schon gut ausgerüstet, sag ich mal, ne? Also sonst in den anderen heroischen Missionen, sag ich mal, laufen wir eigentlich auch gut durch. Aber hier? Ja. Den Tast, da kannst du in den Knie knicken. Dann werden wir das wohl auf normal spielen. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Oder schwer. 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 Damit sich das etwas besser anfühlt. Ja. Gibt ja, gibt doch herausfordernde da noch, oder? Ja. Eben. Ja, jetzt kommen wir aber gleich, dann fangen wir wieder an mit Legend. Ja, ja. Nö, legendär. Ich würde jetzt mal eine Stufe weiter runter gehen. Na, mal sehen, das überlegen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Ja. Mal überlegen. Ja. Ja, denn wie gesagt, danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Ja, denn könnt auch mal eure Meinung da unterschreiben, wie ihr das sich mit dem Lektarzt. Ja, denn sagen wir mal, danke, Däumchen da lassen, Abo wäre schön, wenn nicht. Na ja, denn sagen wir mal, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.